Hallihallo liebe Leute und herzlich Willkommen zu Untitled Goose Game, einem Spiel, was jetzt schon ein bisschen raus ist, aber ich unbedingt die ganze Zeit spielen wollte, wir sind eine Gans und wir können natürlich alle Sachen mitnehmen, rumtragen und können wir die auch werfen? Naja, wir können sie abstellen, hier gib mir die Dose, ich geh jetzt mit der Dose zum nächsten Menschen und zerstörte ihm sein Leben, okay und sein Zielobjekt dürfte irgendwo da drüben sein, wartet Leute, ich weiß wie wir den bekommen, ah, wenn er nicht hier ist, dann holen wir ihn halt her, hier Gärtner, Musik, oh ja, er kommt, wir können ihn echt herlocken, wir stören den, Oh, der darf uns noch nicht sehen, Leute, ich lege es ab, nehme meine Dose, oh nein, ich habe meine Dose verloren, nein, Dose, weh, schnell, ich bin drin, wir sind im Garten angekommen und jetzt wird sein Leben erst richtig schlimm, schaut euch das an, hier, wir nehmen einfach seinen Stiefel, in dem Spiel geht es halt wirklich darum, das Leben von den Menschen zu zerstören, Nein, 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 geh weg, das ist meiner, das ist mein Stiefel, nein, ah, man, ich habe mir das einfacher vorgestellt, okay, dann nehmen wir halt seine Thermoskanne, hm, was machst du jetzt? Ja, siehst du richtig? Hihihi, kein Kaffee für dich, hallo, hallo, ja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Wir sind im Wasser, oh, bist du münd? Oh nein, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, sowas ist gar nicht gemeint, ich bringe sie zurück, ich bringe sie zurück, nein, er ist schneller als ich, Hilfe, geh weg, was, wie kann ich ihn erschrecken, hier, geh nicht zu mir, ich bin stark, ich bin stark, hier, da ist er, Es tut mir leid, sowas ist nicht gemeint, sowas ist nicht gemeint, mach einfach dein Zeug, weißt du? Ich schnapp mir in der Zwischenzeit, äh, den Hut, ich hätte gern den Hut, Leute, aber wie krieg ich den, wenn wir rechnen, oder? Nein, 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 du musst, oh, okay, Leute, wir müssen daran analytischer rangehen, ah, ich brauch das Radio, ja, ich hab das Radio, dann lege ich das hier ab, so, und wenn ich jetzt ganz schnell, das Radio liegt doch da oben, das Radio liegt doch da oben, kann ich bitte, 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 ja, haha, Ich bin die ganz aus der Hölle, was, der will mich verprügeln, nein, 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 ah, nee, er will das Wasser ausmachen, aber das ist gut, da kann ich in der Zwischenzeit jetzt seinen Hut holen, dafür brauche ich nur einen verlängerten Arm, ich will diesen Hut, nein, bitte, schnapp ihn dir, ach, man, wir kämpfen jetzt, Guck mal, der kriegt seine Schuhe nicht hin, oh nein, wie traurig, der arme Gerda, ich hätte halt gern diesen Schlüssel, nee, hä, äh, hier ist nix, nein, jetzt hab ich ihm seine Kartenschaufel weggenommen, hier, du kriegst sie zurück, da, haha, ja, er hat sie wieder, alles klar, alles gut, hier, ich hätte gern den Schlüssel, jihi, haha, oh nein, ich bin nicht da, Bitte, bitte vergiss, dass du jemals einen Schlüssel hattest, ist halt echt lustig, weil Gänse sind halt auch im echten Leben so ultra aggressive Killermaschinen, irgendwie so, dass die aggressivsten Tiere, die ich hier getroffen hab, so, jetzt ist halt die Frage, was mach ich mit dem Schlüssel, warte, ich leg mir den Schlüssel hier mal ab, okay, bis wir wissen, für was wir den besser verwenden können, so, oh, hier ist ein Picknick, warte, Kann ich den aufmachen, ach, nein, nein, oh Gott, okay, ich kann ihn nicht aufmachen, kann ich jetzt so ne Karotte, kann ich ne Karotte, oh, ich kann ne Karotte pflegen, hm, lecker, zack, jo, dann holen wir noch nen Türbis, fürs Picknick, haha, oh, ich liebe diese Gans, ich würde gern den Rechner entführen, muss ich sagen, hier, wir dürfen den einfach nur nicht offen rumliegen lassen, damit er das sieht, einfach hier hinten rum, das sieht er uns grad nicht, oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus, okay, okay, diesmal er bestand uns nicht, Leute, ja, das ist nämlich ne Mission von uns, den Rechen einmal ins Wasser, ja, hier, ich will den Sonnenhut, komm schon, ja, hast du verstanden, da, ich will den Hut, ich weiß, wie ich, wie ich den Hut bekomme, wenn ich seinen aktuellen Hut klaue, dann nimmt er bestimmt den, ist halt nur die Frage, wie klaue ich den aktuellen Hut, vielleicht muss ich einfach nett sein, hier, guck mal, hier, für dich, hä, ich will den Hut haben, bitte, ich bin auch ne gute Kanz, okay, ich helfe dir, ich mach da alle, alle Karotten rein, ich will nur diesen Hut haben, guck mal, wie nett ich bin, hier, ich hab für dich alle in die Kiste gemacht, hey, okay, er ignoriert mich, oh, hier ist ein richtiges Picknick, okay, vielleicht, vielleicht, wenn ich hier ein Picknick mach, und für ein richtiges Picknick fehlt jetzt noch das Radio, und schnappen, und rennen, ich hab das Radio, Gott, das Problem ist, es macht Geräusche, zack, ein Picknick, guck mal, das hab ich nur für dich gemacht, ich hab für dich ein Picknick gemacht, Hä, der, der, der den Hammer fallen lassen, Gänse verboten hat er gerade aufgestellt, ich glaube, es hackt, da, 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 da ist mir der noch bereuen, das ist mir der noch bereuen, Gänse verboten, dass ich nicht lache, ach so, er stellt's einfach wieder auf, das machst du nicht? Ha, ja, da bin ich, Was hab ich getan? Okay, äh, ich hoffe, dir geht's gut, ich hoffe, du hast keine schwerwiegende Verletzung, danke fürs Aufmachen, Ahaha, was zur Hölle? Gott, okay, ein Leben zerstört, oh, ich hab die Dose nicht mitgenommen, wartet, da, okay, wir haben die Dose, Oh, die Tür ist auf, Ich hab nicht den Hut, Ich brauch den Hut, Hut, ich hab ihn, ich hab ihn, Oh Gott, nein, nein, Ähm, äh, äh, Nicht, 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 Ähm, äh, äh, Hier, ich geh durchs Loch, durch die Hecke, Ich hab's geschafft, ich hab den Hut, Ich hab den Hut, Ich hab den Hut, Und? Äh, er hat den Hut aufgegeben, Er hat den, Er hat den anderen aufgezogen, Den hätt ich auch gern, Den hätt ich auch gern, Wartet, Der ist ja so viel schicker, Nein, nein, den Hut, Ja, ich hab ihn, Hihi, Ciao, Kakao, Nein, er, Er, den Busch, Ich hab ihn, Ich hab ihn, Leute, Keine Angst, Keine Angst, Ich hab den Hut, Oh nein, Und jetzt hat er gar nichts mehr, Aber ich wollte die ganze Zeit den Hut, Und jetzt hab ich ihn, Der Bus und Hut, Arbeitsnächste, Obwohl, ich könnte sein Leben noch komplett zerstören, Alter, bin ich bösartig, Was ich hier einfach vorhab, Guck mal, Ich hab den Schlüssel, Ja, Richtig gesehen, So, Aber jetzt musst du auf die andere Seite kommen, Weiß ich, Liegt da den Schlüssel ab, Er kommt außen rum, Jetzt hat er keinen Schlüssel mehr, Und, Komm schon, Ja, Ja, Ist es abgeschlossen, Ist jetzt die Frage, Oder muss ich es noch abschließen, Pfff, Hm? Oh, Wie bösartig, Oh, Und wie viel Spaß, Das macht, Das ist mein Garten, Oh Gott, Dieses Ganspiel, Holt das Schlimmste aus den Menschen heraus, Okay, Gehen wir mit unserem Sonnenhut, Ich tausche die, Die, Die Dose gegen den Sonnenhut aus, Oh, Wie schön, Wie schön, Einfach nur, Was eine schöne Welt, Guck mal, Ich hab einen Hut, Oh, Der langs von mir, Wie groß ich wirke, Das arme Kind, Oder, Ich weiß nicht, Ob das ein Kind ist, Der ist echt groß, Ich bin eine mächtige Gans, Flie vor mir, Gott, Nicht, Dass ich ihn vom Auto scheuche oder so, Hä, Hast du mich gerade getreten? Dich hol ich, Dich hol ich, Das wirst du noch bereuen, Oh Gott, Du hast mich wieder getreten, Oder? Ab in die Zelle, Ich sag, Ab in die Zelle, Geh da rein, Genau, So ist gut, Oh, Oh, Das war, Das war so genau, Er ruft, Der Unfall, Ja, Guten Tag, Oh, Jetzt kann ich hier rein, Oder? Nee, Es kommt ja raus, Zum helfen, Alles auf, Ja, Was willst du machen? Trittst du mich jetzt? Trittst du mich jetzt? Ab in den Laden, Und Gewalt, Warte, Ich bin im Fernsehen, Nein, Nein, Ich war, Ich war doch im Fernsehen, Ja, Okay, Hilf du mal, Hilf du mal deinem Sohn, Hier, Das ist mein Hut, Hallo Welt, Kannst du mich hören? Ich hätte euch aussperren können, Warte, Du gehst wieder zurück in die Zelle, Zurück in die Zelle mit dir, Ich hab meinen Hut drinnen liegen gelassen, Man kann die Tür nicht zumachen, Oh, Hallo kleiner Junge, Es tut mir leid, Was ich getan hab, Ich war komplett außer mir, Oh, Guck mal, Hä, Die will den Besen holen, Nein, 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 Gott, Das will, Brrrr, Mal, Ich geh einkaufen, Der sucht sein Flugzeug, Nein, Hä, Warum traut er sich plötzlich was, Das ist meins, Okay, Du darfst es haben, Dafür nimm ich, Ich bin über am Tisch, Den Besen, Mein Besen, Schlicht, Ich sprich damit nicht mehr, Nein, Meins, Lass los, Oh nein, 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 Die will den reparieren, Nein, 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 Zurück, Du kannst nicht beides retten, Du kannst nicht beides retten, So, Okay, 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 Wir haben den Stab, Wir haben den Stab, Wir müssen den nur verstecken, Und dann können wir, Grenzenlos, Einkaufen gehen, Wir versenken den einfach, So, Guck mal, Glas, Das, Hahaha, Hahaha, Hä, Warte, Sind wir jetzt bewaffnet, Quasi, Wie hört das auch anders an, Jetzt hat sie Angst vor uns, Ja, Wo ist der Besen hin, Oh nein, Nein, Nicht treten, Weißt du was, Ich glaube, Ich glaube, Ich helfe ihr sogar, Hier, Guck mal, Ich habe einfach, Einfach brandneue Ware für dich, Oh, 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 Gott, Oh nein, Sie suchen schon, Oh, Wie gemein, Warte, Ich zeige dir, Wo es ist, Komm mit, Ja, Richtig, Du hast es gefunden, Oh, Hast du geklaut, Nee, Er muss bezahlen, Er muss bezahlen, Du möchtest also dieses Flugzeug kaufen, Aber das Flugzeug gehört doch mir, Wenn das hier lag, Dann gehört es auch mir, Ihr habt euch bezahlt, Alter, So viel Auswahl hat die nicht, Die wird doch wissen, Wie viel sie hat, Oh nein, Also ich, Ich habe, Dieser Junge, Bin von mir komplett gerostet, Also wirklich komplett, So, Ich gehe jetzt einkaufen, Was muss ich denn einkaufen, Zahnbürste, Knopapier, Haarbürste, Zum Glück habe ich mir einen Einkaufszettel geschrieben, Außerdem Obst, Und Gemüse, Ich habe ihn aufgeräumt, Woher hast du den Stock, Was zur Hölle, Nein, Ich habe doch einen gekauft, Was soll denn das jetzt, Das ist ja unerhört, Das ist ja unerhört, Geh weg mit deinem Stock, Okay, Ich muss den Einkaufskorb, Irgendwo sicheres entstellen, Wo sie es nicht so vorzieht, Oh Gottes Willen, Ich meine, Wenn sie es dann findet, Dann findet sie direkt auch noch den Besen, Aber, Das ist okay, So, Oh, Ich kann hier funken, Ha 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 ha, Wartet, Das ist ja komplett insane, Damit kann ich hier den absoluten Psychoterror betreiben, Eine Konserve, Klopapier, Oh, Und Harnbürste, Reinigungsmittel, Was habe ich getan, Alles klar, Ha ha ha, Da ist auch noch die Zahnbürste, Und das Reinigungsmittel, Dann haben wir doch alles, Dann kann ich nach Hause gehen, Zack, Bin einkaufen gegangen, Na gut, Dann benutzen wir einfach noch, Unser Walkie-Talkie, Um die Leute zu tyrannisieren, Beziehungsweise, Eine Aufgabe haben wir noch, Eine sehr wichtige Aufgabe, Und zwar, AAAAAAAA, Roste mir wieder den Arm, Juck, Es tut mir, Es tut mir leid, Es tut mir leid, Hier, Guck mal, Du kannst dir ja, Du kannst dir ja zurücklaufen, Da, Ich habe, Ich habe jetzt eine neue Brille, Hier, Guck, Da ist sie, Keine Angst, Da, Da ist doch deine Brille, Wir haben ihm, Eine andere Brille gebracht, AAAAAAAA, Okay, Ja gut, Und dann zerstören wir jetzt halt noch, Das Leben von der, Von der, Besitzerin hier, Oder? Ja, Warte, Erstmal, Das blöde Radio, Macht ganze Zeit Geräusche, Das nervt, So, Und guck mal, Was ich hier habe, Ich habe eine Karotte, Ja, Was machst du jetzt? Nein, Ich bin wieder eingesperrt, Ähm, Oh, Oh, Äh, Ich, Ich wollte eigentlich auch, Auch wieder raus, Hallo, Oh, Hier hat es einen Hinterausgang, Ja, Sehr cool, Danke, Dass ich den mitbenutzen darf, Okay, Leute, Sie hat die Karotte, Sogar vergessen, Hier ist sogar, Äh, Sie, Oh, Sie ist ja komplett deprimiert, Es tut mir leid, Was ich getan habe, Okay, Leute, Ich glaube, Ja, Wir haben alles geschafft, Wir haben, Leben zerstört, Sowohl, Beim Gärtner, Als auch hier, In der Vorstadt, Oder wo auch immer wir sind, Gänse sind hier mittlerweile, Auch verboten, Vielen Dank, Für's zu sehen, Leute, Und wir sind das nächste Mal, Das Spiel ist ja, Ultracool, Deswegen mögen das alle, Tschüss, Tschüss,